Die Sache ist folgende, wenn wir uns mal eine Leiterbahn angucken, wir haben jetzt ein Signal und das Signal kommt hier Impedanz kontrolliert rein, die Groundplane zu diesem Signal hat den gewünschten Abstand, sodass die Impedanz dieser Leitung für einen Wechselstrom von der vorgesehenen Frequenz genau ist. Jetzt bewegen wir uns hier als Welle drüber, denn ein hochfrequenter Strom ist halt leider nicht wie DC, Strom da, Strom weg, sondern das ist eine Welle, die sich entlang der Leiterbahn ausbreitet. Ist die Leiterbahn hier gleich breit, die Kapazität, mit der wir gegen Ground koppeln, ist immer gleich, die Impedanz dieser Leitung ist homogen. Und dann laufen wir hier weiter hoch. Wie lange habe ich denn reingesucht? Dann laufen wir weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch und dann kommen wir an den Punkt hier. Und an dem Punkt ist, wenn wir jetzt ein ganz feines Rastaller nehmen, das noch feiner geht nicht, ne? Weil ich kann nicht die Kante hier wählen, ne? Egal, da müssen wir jetzt darüber hinaus gucken. Ich wollte eine 08er Leitung nehmen, da sieht man das besser, da kann das besser abmessen. Das war aber keine 08er Leitung. Jetzt. So, weil da ist auch der Effekt besser. So, also weiterhin, wir sind hier schön lang gefahren. Unser Strom hat immer die gleiche Impedanz gesehen. Und dann kommen wir in diesen Bereich. In diesem Bereich ist jetzt der Querschnitt der Leiterbahn 0,83. Das heißt, wir haben hier eine Änderung in der Leiterbahn. Und wir haben auch schon Glück, dass KiKat das hier rundet. Wenn das jetzt auch noch eine spitze Kante gewesen wäre, dann sind wir noch ein Stückchen weiter. Was ist Impedanz? Impedanz ist der Wert, den ein Wechselstrom an dieser Stelle sieht. Also wenn du eine ganz normale 5 Volt Gleichstromversorgung dort reinbringst in diese Leitung und die schließt du an und dann fertig. Dann hat das Kupfer einen gewissen Widerstand. Du hast 5 Volt Spannung dran und es fließt Strom von einem Ampere. Dann hast du einen Spannungsabfall über diese komplette Leitung. Und diese Leitung hat einen Widerstand. Das ist der Ohmsche Widerstand. Und wenn du dort jetzt einen Wechselstrom aufbringst, dann spielen auf einmal die parasitären Kapazitäten. Also die Kapazität, die die Leiterbahn zu der Masse hat. Wo auch immer die sich befindet. Wenn wir jetzt hier auf unserem Board sind, das blaue ist Masse. Also die diese Leitung hier, die rote, die läuft hier über diese große Massefläche. Das heißt, dieses Signal hat ganz, ganz viele in parallel geschaltete Kondensatoren unter ihrer Kupferbahn zu der Massefläche hin. Und wenn jetzt hier ein hochfrequentes Wechselstrom Signal kommt, dann bewegt sich einerseits das elektrische Feld zwischen diesen, zwischen dieser Masseschicht und der Leiterbahn, bewegt sich das durch und sieht halt einen Wechselstrom Widerstand. Wechselstrom Widerstand ist ein komplexes Gerät. Nicht nur, weil man das mit komplexen Zahlen rechnet, sondern weil es auch komplex zu verstehen ist. Da spielen dann so Sachen wie die Frequenz, die Induktivität der Leitung, die Kapazität der Leitung und sowas mit rein. Und das umgebende Material, also das Epsilon R von dem umgebenden Material, das die Leitung umgibt, spielt da mit rein. Und dementsprechend entsteht halt ein Widerstand. Den kann man in Ohm angeben. Und Ziel ist es, dass du für ein hochfrequentes Wechselstrom Signal einen Impedanz Widerstand hast, der konstant bleibt. Weil bei jeder Impedanz Änderung entsteht ein Störsignal, eine Störspannung, die in die gegenüberliegende Richtung zurückstrahlt. Das heißt also, wir kommen mit unserer mit unserer Signalwelle hier an. Die bewegt sich ganz gemütlich hier so nach oben, trifft dann auf diese Kante. Die Kante ist nicht so schlimm, weil die hier abgerundet ist. Werde jetzt hier nicht abgerundet und würde hier noch spitz rausgehen, dann würden wir ja irgendwo hier bei bei 8,5 landen oder so. Hier drüben haben wir eine Situation, dass ich an dieser Stelle eben die die Spannung von dem Signal, ich möchte, wenn ich ein Signal übertrage und das ist ein Spannungssignal, das kann ein Hochfrequenz Strom Spannungssignal sein. Da war sie wieder die Stromspannung. Je höher die Spannung ist, desto besser kann ich erkennen, was das Signal ist. Also je höher der Spannungsunterschied zwischen einer 0 und einer 1 ist, desto sicherer kann ich erkennen, das war eine 0 oder das war eine 1. Ist eigentlich ganz klar. Und je mehr dieser Sprünge ich in meiner Leitung drin haben, desto weniger gut wird mein Signal. Ich habe dann auf der, das hier ist meine Leitung. Dann haben wir hier Volt und wir haben hier die Strecke in L Metern, Zentimeter, Millimeter, wie auch immer. Wenn wir uns jetzt hier einmal L über diese komplette Leitung angucken und wir haben ungefähr in der Mitte den Impedanz Sprung, dann würde sich das vom Signal her ungefähr so ausgehen. Wir haben hier ein Signal, dessen Spannung bleibt konstant. Dann haben wir hier einen Sprung drin. Und dann geht unser Signal da weiter. So sieht das jetzt aus. Wenn wir mit unserer, mit unserer, mit unserer Welle hier lang kommen und diesen Impedanz Sprung sehen, dann passiert genau das. Wir haben einen Sprung auf unserem Signal und nach diesem Sprung ist die Energie, die wir hier verloren haben, hier weg. Und wenn wir jetzt noch einen Impedanz Sprung hätten, zum Beispiel hier und hier, ihr seht es, dann haben wir irgendwann kein Signal mehr zu messen. Und das blöde dabei ist, diese Spannung hat dann eine in die entgegengesetzte Richtung gerichtete Flussrichtung. Ja, das heißt, wenn wir uns das jetzt auch noch im Zeitverlauf angucken, sieht das so aus, dass sich diese Dinger hier nach da hinten bewegen. Ja, also die bewegen sich dann zur Quelle zurück. Und das kann dazu führen, dass wir eben an der Quelle folgendes Phänomen haben. Da sammeln sich die ganzen Dinger und dann haut das volle Kanne zurück in die Quelle. Und da kann man, wenn man, wenn man da Hochenergiesignale verschickt, wie zum Beispiel für Funk oder sowas, kann man da den Sender kaputt machen mit, wenn man da einen Impedanz Sprung irgendwo drin hat. So, ja, also so viel zum Thema, warum 45 Grad? Und warum keine 90 Grad? Weil, wenn ich jetzt nämlich eine 90 Grad Linie zeichne, dann sehen wir schon, da sehen wir schon, hier ist jetzt 0,96 im Quertix. Wenn das jetzt eckig noch wäre, dann wären wir hier schon über einen Millimeter. Und dann haben wir halt noch einen schlimmeren Impedanz Sprung. Und deswegen wirst du bei den ganzen Hochfrequenz Sachen auch häufig sehen, dass das halt keine Kante hat, sondern dass das eine Kurve gibt. Und das gibt es auch hier irgendwo. Ich weiß bloß nicht, wo. Das kann natürlich sein, dass es in der 7. Nightly drin ist, dass man Bögen zeichnen kann in die Kurve rein. Oder wir nehmen halt einfach hier das Mikrowellen-Tool. Bitte eine Lage auswählen, eine Leiterbahn auswählen, Länge anpassen. Ach, das war das Längenanpassungstool. Aber auch hier beim Längenanpassungstool sehen wir, der versucht halt Kurven zu fahren und keine Ecken reinzumachen. Weil eine Kurve ist halt dann wiederum in jedem Abstand gleich. Hier sollten wir eigentlich überall die 0,8 treffen, wenn wir im Senkrecht drauf messen. Ja, muss ein Tool drin sein. Leiterbahn-Ecken-Modus. Ah ja. So, da könnte ich jetzt hier eine Kurve machen, sodass wir quasi, wenn wir von hier gucken nach da, halt keinen Impedanz-Sprung mehr drin haben, sondern eine schöne Kurve. Ja, dann lass uns das doch hier mal machen, oder? Würde ich sagen. Ja, also. Yay. Nicht das, was ich wollte. Warum will der so rumbiegen? Ich will so rumbiegen. Schau mal hier unten an. Das sieht doch schon gut aus. Yay. Das jetzt besser ist, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Da finde ich das sogar schöner. Danke. Danke.